Vielen Dank. Ich werde spätestens um 10 hier mal vorbeischauen. Da kommt nämlich was Tolles. Es ist so wunderschön, morgens die Rollos hochzumachen. Und es wird einfach nur noch dunkler anstatt heller. Und Leute, weil ich mich jetzt schon kaum retten kann vor Fragen, woher mein Oberteil ist. Dieser Pulli ist von Naked allerdings schon ziemlich alt. Also ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber vielleicht was ähnliches. Also ich weiß nicht, ob es den noch gibt, dass die Rollos hochzumachen. Ich weiß nicht, ob es den Baum ist. Ich weiß nicht, ob es die Rollos hochzumachen. Ich weiß nicht, ob es den Daumen ist. So Leute, es ist 10 Uhr, sprich, es gibt jetzt was Schönes für euch. Und zwar haben Neone, Nyusha und ich uns zusammengetan. Was für eine Kombi. Und zwar gibt es ab jetzt, nur solange der Vorrat reicht, und es sind nicht so viele, mein Starter-Set. Das kennt ihr ja schon. Aber zusätzlich kommen diese Nyusha Haaröle mit dazu. Also bei jedem Kauf von einem Mrs. Sala Starter-Set in meiner Pastell-Vibes-Edition gibt es das hier gratis dazu. Aber das ist noch nicht alles, denn Nyusha legt noch zusätzlich bei jedem Kauf einen 20% Gutschein mit dazu für einen nächsten Einkauf bei Nyusha. Und zwar ohne Warenwert. Also Leute, jetzt hochswipen und euch dieses krasse Angebot sichern. Ich liebe dieses Haaröl. Ich trage es nochmal für euch auf. Die meisten von euch kennen das Haaröl schon von mir. Ich liebe es. Super, super geiler Geruch. Ich habe davon die Handcreme. Ich habe davon das Haarparfum. Weil dieser Geruch ist unglaublich, wirklich. Und es gibt auch den Ansatz zu machen, um so kleine Härchen hier ein bisschen zu kaschieren. Und den Rest gebe ich immer noch auf meine Arme, weil das so unnormal gut riecht. Es riecht tatsächlich so ähnlich wie meine erste Juwelkerze. Und das ist für mich ja mein selbst kreierter Duft. Und deshalb ist es so krass, dass es sehr nah hier dran kommt. Es ist übrigens schön zu lesen, wie viele von euch meine Sets ja schon haben. Aber Leute, Weihnachten. Besser jetzt als zu spät. Geschenke. Falls ihr eine Freundin habt, die noch nicht irgendwas von Neonel hat oder Mindset hat, dann ist das vielleicht ein sehr, sehr gutes Geschenk. Ich war übrigens eben bei Depot und habe mir ein paar Sachen gekauft. Und jetzt schaue ich mal, ob das so wird, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle. Hm. So, ich finde, das kann sich doch sehen lassen, oder? Das sieht doch wirklich gut aus. Und diese Kürbisse hier sind nicht von Depot. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Sind die von Depot? Nee, oder? Doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Creepy. Äh, ja, aber schon Jahre alt. Wie witzig. Ja. Okay, doch von Depot. Bezüglich der Wandfarbe habe ich mich ganz, ganz viel gefragt, was das denn für eine Farbe ist. Also ich habe die nicht selber gestrichen, die Wand. Die wurde schon von einem Profi gemacht. Und ich habe mir einfach eine Pantonenfarbe ausgesucht. Aber schlagt mich bitte tot, was das für eine Pantonenfarbe ist. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, es ist einfach ein Beige. Macht euch vielleicht ein Screenshot oder so, wenn ihr sowas in der Art wollt. So. Dann, next step, die Stühle. Wurde ich ebenso oft nachgefragt. Die Stühle sind von Pure Velvet. Und zu dem Teppich hier habe ich natürlich auch ganz viele Nachrichten bekommen. Das weiß ich aber nicht, woher der ist. Ich kann euch nur das hier zeigen. So, und für heute verabschiede ich mich auch von euch. Ich gehe jetzt mit meiner Mama was essen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Okay.